Hallo und herzlich willkommen bei MrSwissZocker. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. 400 Abonnenten, wir haben es tatsächlich geschafft. Ihr habt es möglich gemacht. Ich möchte euch dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Der Tag ist jetzt, äh, der Tag, der Kanal ist jetzt genau. Lasst uns kurz nachschauen. Exakt ein Monat und ein paar Tage alt. Das erste Video ist allerdings am 2. oder am 3. Februar online gekommen. Also exakt eigentlich ein Jahr und zwei, drei Tage alt. Und nach einem Jahr haben wir 400 Abonnenten erreicht. Über 400 Abonnenten sogar. Das ist echt eine krasse Leistung. Leute, ich möchte euch dafür ganz, ganz herzlich danken. Ähm, es bleibt natürlich nicht bei diesem Dankeschön sagen. Es gibt auch ein Special. Ja, es wird ein Special geben. Ich habe es ja schon angekündigt am, äh, vor drei Tagen. Vor zwei Tagen im Infovideo. Vor drei Tagen. Stimmt nicht. 2. oder 5. Wurscht. Ähm, es wird ein Abo-Special-Live-Stream geben. Geben. Genau. Ähm, und zwar auf Twitch.tv, also twitch.tv slash mrszwisszocker. Ähm, ich packe euch den Link in die Beschreibung. Jetzt, wann ist der Stream? Der Stream ist am 7. Februar. Diesen Freitag am Abend um 8, also 20 Uhr, wird der Stream starten. Der Stream wird ein paar Minuten vorher, etwa so 15 Minuten vorher online gehen, damit ihr die Werbung schon mal durchschauen könnt. Super Pampers-Werbung, weil ihr das ganz bestimmt benötigt. Ähm, nein. Also, damit ihr halt einfach schon mal die Werbung durchklicken könnt und nicht irgendwas Spannendes verpasst, ähm, wegen der scheiß Pampers-Werbung. Darum werde ich den 15 Minuten früher online setzen, also ihr könnt um 19.45 Uhr wahrscheinlich den Stream schon starten. Werde ich mit meinen Leuten, ich versuche noch ein paar Leute ins Boot zu holen, also zwei haben schon gesagt, sie kommen. Das wäre dufte. Ähm, ich versuche noch ein paar Leute mehr zusammen zu trommeln, denn je mehr, umso lustiger. Und ich hoffe auch, dass ihr zahlreich erscheint. Ähm, ja, also mich würde es freuen, denn es ist ein Special für euch. Und ich habe noch eine kleine Überraschung, äh, vorbereitet. Ähm, also für euch ist sie klein, für mich ist sie riesengroß, riesengroß. Ich habe mir den ganzen Nachmittag gestern versaut durch das, also versaut, ich habe es mir gern gemacht. Ähm, also ich finde es geil, ähm, Sir Pac-Man finde es auch geil, er ist der Einzige, der das gesehen hat, die Musik, nervt mich gerade ein bisschen. Ähm, er ist der Einzige, der das gesehen hat, und er hat es auch gesagt, es ist wirklich cool geworden. Ich hoffe, ihr teilt da unsere Meinungen. Ähm, und, ja, also mich würde es freuen, wenn ihr am 7. Februar zahlreich erscheint, erscheint. Link ist in der Beschreibung. Und, ähm, ja, ich kann momentan nicht viel mehr sagen, als danke vielmals für 400 Abonnenten. Der Stream wird nicht auf YouTube hochgeladen. Ich könnte, soviel ich weiß, auf Twitch.de wird da, glaube ich, gespeichert. Wenn nicht, dann erscheint einfach, dann seht ihr ihn. Weil ich würde ihn nicht hochladen, damit wir halt auch ein bisschen Musik hören können. Ähm, weil sonst kommt die GEMA an. Ähm, das will ich nicht. Ich will, dass wir halt einen Stream völlig ohne, ohne Einschränkungen führen können. So, wie ich eigentlich, jetzt mach ich die Musik ganz aus. So, wie ich eigentlich wirklich zocke. Musik, damit wir da halt einfach Spaß dran haben. Es wird nicht hochgeladen, wer ihn verpasst, kann ihn vielleicht auf Twitch.tv noch schauen. Und, ähm, ja, also mich würde es freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Äh, ich hoffe, ihr habt Zeit. Wie lang der Stream geht, kann ich noch nicht sagen. Ist eher so ein Open Ending. Also, ich höre dann auf, wenn ich keine Lust mehr habe. Oder wenn wir mit den Kumpels ausgehen. Ähm, ne. Wie lang der Stream dauert, weiß ich nicht. Also, ihr könnt auch ruhig am 9 Uhr, 21 Uhr noch einschalten. Ähm, ja. Genau. Wie ihr wollt. In dem Sinne, erscheint zahlreich am Freitag. Ich hoffe, dass es, äh, dass alle kommen können. Und, ähm, ja. Danke nochmal für 400 Abonnenten. Euer Mr. Swisszocker. Arrivederci.